Wirst du als Musiker Wald von der KI ersetzt? Dieses Thema ist ein wirklich sehr spannendes Thema und ich habe mich ziemlich lange in Sicherheit geglaubt. Allerdings bin ich letztens auf eine KI gestoßen, die wirklich komplette Songs alleine macht. Und die Ergebnisse sind wirklich unglaublich. Wir schauen uns das in diesem Video mal gemeinsam an und werfen so ein bisschen einen Blick darauf, was eventuell in Zukunft möglich sein wird mit KI und was nicht. Hier auf Beatmaking.de findest du nicht nur Beats, sondern auch viele Tutorials und interessante News und Informationen rund um das Thema Musikproduktion. Also wenn du mehr auch davon in Zukunft sehen möchtest, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Also lass uns doch mal kurz einen Blick zurückwerfen. Vor ungefähr einem Jahr gab es so die ersten Bild-KIs und da gab es ja dieses berühmte Video, wo Will Smith Spaghetti ist. Und jetzt ein Jahr später haben wir eine tatsächliche Video-KI, die das Ganze schon ziemlich realistisch darstellen kann. Ich selbst habe mich vor einem Jahr probiert mit KI in einem Musikvideo. Das heißt Ups and Downs. Das ploppt jetzt hier oben irgendwo auf. Und das war halt super schwierig. Ich habe ungefähr zwei Tage gebraucht, um diesen KI-Effekt, den ich mir vorgestellt habe, hinzubekommen. Ich habe dafür nämlich die einzelnen Bilder des Videos rausrechnen müssen und diese dann per Stapelverarbeitung in so eine Bild-KI gepackt, dass dann am Ende wieder ein fertiges Video bei rumkommt. Das war mega kompliziert, hat mega viel Zeit gefressen und mittlerweile kann das fast jeder mit ein paar Mausklicks auf dem Handy machen. Da hat sich so viel getan. Musik-KIs gab es halt bis auf diese ganzen Mastering-Geschichten von Ozone und irgendwelche Plugins, die damit werben, dass sie was mit KI machen, aber nicht wirklich KI sind. Kaum bedeutungsvolle Sachen bis heute. Denn es gibt eine neue KI, die sich Zuno AI nennt. Und ich würde sagen, wir springen da mal rein und schauen uns ein paar Sachen an. Also ich bin hier mal auf der Seite von Zuno AI und ja, das ist ziemlich interessant. Man kann sich hier so ein bisschen durchhören, durchschauen. Und wenn man hier oben auf Make a Song klickt, kommt man zu dem Explorer, wo man sich viele verschiedene Sachen anhören kann. Das erste ist dieser Song hier namens Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Der Prompt ist gewesen Swing Jazz 1920er New Orleans. Und das Ganze klingt so. Wie wir hören, sind wirklich sehr wenige Artefakte in diesem Musikstück vorhanden. Der Text und auch der Gesang ist wirklich sehr präzise und sehr gut. Und dadurch, dass es sich hier um 1920er Jahre handelt, fällt es auch gar nicht auf, die KI kann auch Deutschrap Songs machen. Und hier wird es gefährlich für die meisten Deutschrapper da draußen, die vielleicht gerade erst am Anfang sind und ziemlich amateurhaft sind. Weil wenn die KI Songs macht, die besser sind als das, was die Leute, die vielleicht gerade am Anfang stehen, wozu braucht man dann noch neue Künstler? Wir denken auch mal weiter, wenn zum Beispiel Universal jetzt sagt, okay, wir klonen einfach die Stimme von Kanye West oder anderen großen Künstlern und machen halt Songs für diese, ohne dass diese eigentlich daran beteiligt sind. Hm. So, wir wollen aber nicht nur Sachen anhören, sondern auch mal selber irgendwie gucken und schauen, was die KI so kann. Und ich habe hier schon mal ein paar Beispiele gemacht und ich hatte als erstes die abstrakte Idee, einfach einen Song zu machen über Katzenessen. Aber die KI hat leider nicht ganz verstanden, was ich meinte. Ich habe es auch nur in sehr wenigen Worten beschrieben, denn ich habe geschrieben, atmosphärischer Cloudrap, Deutschrap und Katzenessen. Das Ergebnis klingt so. Text komplett auch von der KI gemacht. Man merkt es, der ergibt hier halt wenig Sinn. Aber der Klang, der Beat. Wenn wir sowas in irgendeiner Playlist hören würden, das würde halt einfach nahtlos verschwimmen. Gerade mit diesem ganzen generischen Deutschrap, den es ja heutzutage viel gibt, wo ein Song wie der andere klingt. Ich glaube, für den wird es verdammt gefährlich, weil die KI funktioniert hier schon richtig gut. Ich habe natürlich auch mal den Custom Mode benutzt und habe dazu den Text meines Songs 100.000 Kilometer featuring Joshua Winter reingepackt. Kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Hört ihr mal rein. Der ganze Song klingt ungefähr so. Ich verliere meine Nerven, bist du nicht hier, will ich sterben, du bist das Größte auf der Welt, Baby, lass mich erklären. Ja, du bist heiß und vielleicht, weil du nicht bist wie die, sehe ich dich leichter, anders so, als wärst du nur Fantasie. Also wir hören einen relativ komplexer, schneller Flow und schauen wir mal, was die KI da draus so gemacht hat. Und zwar, let's go. Mein Prompt war German Pop Music Pop Punk Influenced, weil ich wollte so einen Pop Punk Remix daraus machen und das Ergebnis klingt so. Ich fülle meine Nerven, bist du nicht hier, will ich sterben, du bist das Größte auf Welt, Baby, lass mich erklären. Ja, du bist heiß und vielleicht, weil du nicht bist wie die, sehe ich dich leichter, anders so, als wärst du nur Fantasie. Also man hört hier schon an der Stelle, er hat halt den Flow natürlich nicht gerafft, sondern er hat halt einfach einen sehr, sehr simplen Flow genommen. Und auch irgendwann wird es halt asynchron und die Zeilen passen nicht mehr und es wird ein bisschen diffus, aber das Ergebnis ist dennoch ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Lasst mich gerne auch mal wissen, wie ihr diese Songs findet. Schreibt es mir in die Kommentare, glaubt ihr, dass KI uns ersetzen wird oder nicht? Interessant auch hier bei Suno AI ist die Möglichkeit, ein reines Instrumental erstellen zu lassen. Wir können also mal hier eingeben, Cloud Rap Dark Chaotic High Hat Rolls Synthies. Titel Blaue Raben und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich bin echt gespannt, das Ganze dauert auch wirklich nicht lange und wenn ich jetzt daran denke, ich als Musikproduzent werde in Zukunft wahrscheinlich ersetzt, weil jeder Rapper einfach eingibt, was er für einen Beat haben möchte und innerhalb von wenigen Sekunden das Ergebnis bekommt. Beat Lizenzen für mehrere hundert Euro wird keiner mehr kaufen, weil es einfach wenige Euro kosten wird, sich ein Beat machen zu lassen. Natürlich ist auch hier wieder die Sache, jemand, der wirklich individuell auf die Kundenwünsche eingeht und Custom Beats macht, der wird wahrscheinlich nicht so schnell ersetzt, weil aktuell die KI noch nicht dazu in der Lage ist, wirklich so individuelle Ergebnisse zu liefern. Aber für so eine 0815 Beatstars Produzenten könnte es in Zukunft sehr schwierig und sehr gefährlich werden. So, während das Ganze hier rendert, würde ich gerne auch nochmal kurz einen anderen Punkt ansprechen und zwar Konzerte. Ich habe nämlich in meiner Instagram Story gefragt, was ihr davon haltet. Falls ihr mich nicht auf Instagram folgt, holt es jetzt auf jeden Fall nach, denn da könnt ihr in Zukunft auch immer fleißig mit diskutieren. Ich habe gefragt, was denn die Meinung meiner Community ist, ob KI Musiker setzen könnte. Und eine häufige Antwort, die ich tatsächlich erhalten habe, war, naja, wie ist es dann mit Konzerten? Die Leute mögen die Personality dahinter. Konzerte ohne jemanden, der da auf der Bühne performt, wird schwierig. Und ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Erstens, die meisten Deutschrap-Konzerte heutzutage sind einfach komplettes Playback und was hält Universal davon ab? Einfach KI-generierte Songs von einer einzelnen Person live performen zu lassen, von der alle glauben, dass sie diese Songs geschrieben und aufgenommen hat, aber eigentlich war es die KI. Und zweite Option ist Hologramm-Konzerte. Ja, also jeder kennt den legendären Tupac-Hologramm-Auftritt, aber auch die Band ABBA hat sich ja dazu entschieden, nach ihrem Comeback selbst nicht mehr aufzutreten. Sie wollen einfach die Zeit nicht investieren, die sind auch schon alt, haben nicht die Energie, Touren ist anstrengend, so Live-Shows. Und wenn wir wirklich uns mal vorstellen, dass wir Live-Shows haben, die unheimlich gut mit Hologrammen funktionieren, mit Lasereffekten, mit Feuerwerk und krassen Sachen, vielleicht irgendwelchen Tänzern auf der Bühne, dann glaube ich auch daran, dass die Leute trotzdem zu Konzerten gehen werden und trotzdem sagen, hey, das sind krasse Konzerte. Und spätestens in ein, zwei Generationen werden die Menschen total vergessen haben, dass Musiker irgendwann mal auf der Bühne standen und live performt haben, weil es einfach zur absoluten Normalität geworden ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir da in so eine Zukunft eventuell reinschlittern könnten. Wie schlau die KI wirklich ist und wie sie sich weiterentwickelt, wird die Zeit zeigen. In der Zwischenzeit hat auch unser Beat tatsächlich fertig gerendert. Wenn ich jetzt davon noch die Einzelspuren rausrechnen könnte. Ja, also wir hören hier bei dem Ergebnis sind schon ziemlich viele Artefakte enthalten. Das heißt, da ist noch ein sehr, sehr, sehr langer Weg, den wir da vor uns haben. Aber ich bin wirklich mindblown, wo wir heute schon stehen und ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hoffe, wir finden als Musiker trotzdem noch eine Möglichkeit, uns irgendwie weiterzuentwickeln und auch als Musiker wirklich menschliche Musik zu machen mit echten Gefühlen. Und ich hoffe, dass die KI nicht irgendwann Gefühle entwickelt. Also, werden wir durch KI ersetzt. Ich glaube, diese Frage bleibt weiterhin spannend. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Abschließend habe ich euch hier links und rechts nochmal ein Video verlinkt. In der Mitte könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!